16 Punkte Abstand auf Platz 16. Und ein 19 zum Nachbericht zum Spiel gegen SV Werder Bremen gestern. Ja, Highlights des Spiels und wenn man ganz überlegt ist, auch das einzige Highlight des gesamten Spiels, war das 1 zu 0, eine erste Minute, Ludwig Augustins und Eigentor nach einer Flanke von Borna Sosa. Kommen wir zur Spielanalyse. Wir hatten mal wieder vorab 10 von 11 richtig in der Startelf. Gefühlt jedes Mal aufs Neue, genau gleich. Amal ist auf der Bank geblieben und natürlich nicht direkt positionsgetreu, aber Förster war drin. Das haben wir nicht reingetippt oder ich nicht reingetippt. Das Spiel, muss man einfach sagen, ich glaube, wer das gesehen hat, wird mir zustimmen, war ein kompletter Langweiler. Das 0-0, was sich auch lange gehalten hat, hat es sich halt redlich verdient gehabt, das Spiel. Bremener ist also für mich lange Zeit auch einen Ticken besser, ein bisschen aktiver, ein bisschen wacher. War so ein Spiel, wo ich fast dachte, okay, vielleicht fangst du dich endlich mal als 0 zu 1 dann, um ein bisschen aufzuwachen. Abschluss Schmid, 10. Minute, Augustins und 22. habe ich mir aufgeschrieben. Förster mit einem guten Abschluss in der 25. Möwald 31. Sondern war die Halbzeit vorbei. Zweite Halbzeit war auch nicht großartig besser. Da war wirklich einfach ein typischer Sonntag 15-30-Kick, wenn man es so formulieren will. Sosa mit einem ganz guten Stoß in der 54. Klimawandelaktion in der 58. Rashica 75. Und dann fällt eben das 1-0 durch Eigentor nach Sosa-Flanke. Das war sehr, sehr stark rausgelaufen quasi von Castro. Sehr, sehr schön nach vorne Druck gemacht. Sosa-Flanke auch top. Auch wenn sie dann keinen VfB-Spieler abgenommen hat, irgendwen findet sie immer. Die war so gut, die Flanke, die musste irgendwer verwerten. Hat dann eine gute Augustinsung gemacht. Passt ganz lustig zu dem VfB-Tweet davor quasi. Siborna das beste Zuckerflanken fand ich sehr, sehr schön. So muss Social Media. Das gefällt mir. Und natürlich, klar, das Eigentor kann man auch natürlich so werden, dass man es ein bisschen erzwungen hat. Einfach wegen der Besetzung im 16er. War Kalajic war dran. Kulibali war dran. Deswegen ein bisschen das Glück erzwungen da quasi. Saga noch einen guten Abschluss ans Ausnetz kurz vor Schluss. Und dann war der Kick auch schon wieder vorbei an dem Sonntag. Am Ende dreckiger Sieg, wie auch zum Beispiel das 0-1 in Köln. Recht vergleichbar das Spiel. Aber nimmt man mit zur dreckigen Siege. 0-0 wäre auch okay gewesen. Auch vom Chancenverhältnis und so weiter. Das Spiel hat er eigentlich nicht wirklich großen Sieger verdient. Aber dann nehmen wir es natürlich halt trotzdem gerne mit. Logisch. Neckern am Ende auch keiner riesig drüber. Da gab es natürlich einige Ungenauigkeiten. Wenig klare Torchancen. Es wirkte so ein bisschen verschlafen und ein bisschen unklar und ungenau aus der Länderspielpause raus. Beide auch lange nicht gewichtet nach dem Motto, die sind doch eh noch fit. Ist ja ein bisschen nichts passiert im ganzen Spiel. Beispielsweise auch der Toprak, der irgendwie, keine Ahnung, der hätte auch schlägends ausweichen können, der Kohlfeld. Er hat ihn draufgelassen. Er musste sich da irgendwie durchkämpfen. Heißt aber auch jetzt bei uns sechs Heimspiele am Stück ungeschlagen. Und durch die anderen Ergebnisse am Spieltag halten wir uns auch so ein bisschen die Europa League Träume oder europäischer Wettbewerb. Die Träume ist so ein bisschen weiter, ja, doch schon gut offen. Und in Sachen Europa Träume sind wir natürlich direkt bei der Tabellensituation logisch. Wir befinden uns bei 39 von den immer obligatorisch gewollten und erhofften 40 Punkten. Haben die Marke also quasi schon erreicht. Damit auf Platz 8 aktuell, punktgleich mit Union Berlin, die noch auf Platz 7 stehen, weil sie 1 im Torfeld ist besser sind. Gladbach auch punktgleich mit uns. Drei Clubs auf 39 Punkten da. 7, 8 und 9. Gladbach nimmt den 9. Platz ein, weil sie einfach noch zwei Tore schlechter sind quasi als wir. Heidelberg natürlich unsere Europa Träume so ein bisschen aufrecht. Haben dann das Top-Spiel gegen Dortmund am Samstag 18.30 Uhr mitmachen. Wenn man Dortmund besiegen sollte, dann könnte man tatsächlich bis auf einen Punkt an Dortmund ranrücken. Das ist der helle Wahnsinn. Auch schon krass, wenn wir es überhaupt mit Gladbach punktgleich bis zu dem Zeitpunkt der Saison. Bremen auch noch kurz zu nennen, natürlich 7 Punkte auf Platz 16. Und auch für uns nochmal einfach zum Wohlfühlen. Wir nennen es auch nochmal bei uns. Wir haben 16 Punkte Abstand auf Platz 16 bei noch 7 verbleibenden Spielen. Kommen wir zum Man-of-the-Match-Voting. Da dürft ihr natürlich wieder abstimmen im Community-Tab. Natürlich auch generell, falls ich wieder irgendwelche anderen Spieler habe, als ihr sie gerne gesehen hättet. Auch da gerne wieder Meinung da lassen und Leute da lassen. Ja, war natürlich schwierig jetzt in so einem Spiel wirklich jemanden rauszuziehen. Weil es gab es für mich keinen, der mich so komplett abgeholt hat. Komplett überzeugt hat dafür halt ein paar, die auf so einem ähnlichen Niveau mich überzeugt haben. Fand vor allem, wenn man mal ein bisschen auf Negativ geht, so ein bisschen die rechte Seite, ein bisschen Vogelwild teilweise, immer vor Panos und Koulibaly. Auch generell lief ja nicht so krass viel zusammen, wie es schon oft zusammengelaufen ist. Man kennt vor allem diese Szene zum Beispiel von Kalajdzic, wo ein ungenauen Ball nicht rankommt von, ich meine Förster war es, nach hinten umfällt quasi gegen Bremen und dann auf den Boden einschlägt vor lauter Frust. Also das hat so ein bisschen zu dem Spiel gepasst, lief nicht wirklich alles zusammen. Sportshow öfters Tages wurde Förster reingesetzt, deswegen bekommt er auch bei mir einen Platz, hatte ja auch mit die beste Chance für uns zum 1-0 mit dem Abschluss. Und dazu würde ich gerne noch Castro und Sosa nehmen, einfach weil beide Leistung auch in Ordnung gewesen und halt auch an Torbeteil. Castro trägt den Ball nach vorne, sehr, sehr wichtig. Das Tor geht zu einem hohen Prozentsatz, fast auf ihn. Dann die Sosa-Flagge natürlich. Kleineres Sonderlob bekommt von mir, deswegen sind es heute wieder vier Leute, bekommt von mir Klimovic, der nach der EM kam und einfach so ein paar kleine technische Aktionen. Hat ja auch wieder nichts, zwar am Ende halt leider zwingend war auch die Abschlüsse jetzt nicht optimal, aber so kleine Aktionen, wo man einfach sieht, der Junge hat Potenzial und deswegen hat er wie jetzt auch schon Armada gegen Hoffenheim damals, bekommt auch Klimovic hier so den kleinen Sonderlobplatz quasi und dann dürfte er da sehr, sehr gerne abstimmen. Und zu guter Letzt natürlich noch die Tweets auf dem Match. Wir fangen an mit Rückgaben mit dem Knie sind erlaubt, Fragezeichen, weil die Szene hatten wir auch nicht so ganz gerafft, als wir das Spiel gesehen haben. War mir auch nicht bekannt, die Regel bin ich ganz ehrlich mit dem Rückpass von Mafropanus, aber scheinbar gefühlt wirklich alles über dem Fuß. Zählt irgendwie. Fand ich ganz lustig, die Szene, weil ich glaube, die meisten haben es nicht gerafft, auch der Bremer-Spieler hat es nicht gerafft, hat Geld bekommen fürs Meckern. Aber wir machen weiter. Wer hätte gedacht, dass das Relegations-Duell 2-19, das Endspiel um den europäischen Wettbewerb 29. Spieltag der Saison 2020, 2021 sein könnte, das ist schon eine krasse Story, weil Union hat uns runtergeschickt damals, sind jetzt immer auf Union, Graz, so dran, haben ja das direkt im Duell noch. Bei Union in Berlin könnten die quasi so ein bisschen die Revanche holen, indem wir halt da zum Beispiel drei Punkte mit dem Union wieder vom Platz sieben runterschicken würden. Und sowieso krass genug, Union auch auf sieben. Riesenüberraschung, wir auf acht, riesenüberraschung. Mal gucken, was da in dem Duell geht und wer sich da vielleicht tatsächlich für Europa qualifizieren könnte. Was auch mal gesagt werden muss an VfB, vielen herzlichen Dank an Mannschaft, Trainerteam und Sportdirektor für dieses bislang unfassbar starke Saison. Nach dem Aufstieg definitiv die beste Ablenkung und Spiel für Spiel ein großes Vergnügen. Während der Pandemie muss man auch 100% zustimmen. Wir hatten ja zum Beispiel die Phase letzte Saison, wo natürlich erstmal die zwei Liga nicht wirklich besonders war von uns und dann halt auch die Phase hatten, wo wir gefühlt mal ein, zwei Monate gar keinen Fußball hatten. Deswegen kann man schon sehr, sehr glücklich sein, dass der Fußball zumindest weiterläuft. Hat man was zu tun, hat man jetzt tatsächlich immer Spaß am VfB, dann ist natürlich die Kehrseite. Wäre natürlich doppelt und dreifach so geil, die Mannschaft mal im Stadion sehen zu dürfen. Also richtig, volles Haus, volle Auswärtsfahrten oder sowas. Aber vielleicht kommt das noch oder kommt auf jeden Fall in Zukunft wieder und dann hoffen wir einfach mal, dass die Mannschaft da genauso gut oder ähnlich gut weiterhin performen kann und uns ähnlich so viel Spaß machen kann. Wäre schön, wenn es mal ein paar Jahre halten könnte oder zumindest mal ein paar Saisons. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.